das nutzt mir aus leute moosteppich und moosblock sehr schön leute sehr schön ok ja wenn wir schon dabei sind leute ok ja wenn wir schon dabei sind guck mal sehr schön so wie baue ich diese bäume ab weil ich möchte noch ein bisschen moos haben kann ich die eigentlich auch so abbauen ja ok und ich glaube diese leuchtbeeren können auch nicht schaden ist das schon wieder ein zombie ist ein spawner oder was und der nächste und da ist noch ein teppich ok ich möchte mal eben nachsehen leute wie wir das am besten wie diese dinge abbauen äh üppige höhlen oder wie heißen die nochmal äh azaleen genau azalea so azalee genau jedes werkzeug dann nehme ich die axt ja cool das wollte ich jetzt nicht ich glaube diesen kleinen mini diese kleine mini üppige höhle leute die mache ich weg glaube ich blühende azalee sehr schön ich glaube hier lasse ich nichts mehr übrig ok mach mir mal licht ich sehe fast nichts und da ist schon wieder ein zombie und der nächste da oben muss ein spawner sein und gleich wieder der nächste was ist denn da oben los ich glaube wir haben genügend geräser leute ich mache einfach sofort dem moos das moos weg schön das tolle ist wir müssen es nicht schön machen leute dann sieht es auch einfach nur aus als wäre hier ein normaler gang und da war noch eisen drunter ich den auch so ja wäre mit geglückt sehr schön ok das eisen möchte ich auch weizenkörner habe ich momentan habe ich ja gar keinen platz mehr für eisen ja doch diesen einen platz und schon wieder jetzt wird es langsam geblüht ok ok den einmal brauche ich ich brauche auch die werkbank ich brauche auch die werkbank ich gehe jetzt da hoch was ist denn da oben dass da so viele zombies kommen ein dungeon oder was tatsache tatsache ein zombie spawner leute schön Eine Zackgasse ist. Nein, egal. Okay. Über uns ist alles! Sehe ich jetzt gerade erst. Wir müssen da oben hinkommen, Leute. Da will ich rein. Oder rauf. Und das wäre genau da. Ich grab mich da mal rein. Wir müssten eigentlich langsam dort sein. Da vorne, Zombie, ist immer noch hier. Okay, ich grab jetzt mal nach rechts. Ja. Moment. Ah. Sag bloß, das ist nur eine Decke. Das ist nur eine Decke, Leute. Ups. Den brauche ich jetzt hier nicht. Aber wirklich jedes Werkzeug. Ich grab mich jetzt in diese Richtung, Leute. Und mach hier mal eine Fackel. Hier ist echt keine Höhle. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Es ist wirklich einfach nur diese Decke, Leute. Das wär's doch nicht. Das wär's doch. Lass ich erst mal. Okay. Ich hab's doch nicht hier. Ich hab's doch nicht. Das war's. Ich hab's doch nicht. Au. Au, immer noch? So, also. Ich muss hier in diese Richtung graben. Okay. Hier ist trotzdem nichts. Mist. Es ist wirklich einfach nur an der Decke, Leute. Ich gehe wieder zurück. Wir kamen von dort irgendwo. Okay, now. Das ist ja noch einer. Hier war ja das Wasser. Genau, und ich hatte hier irgendwo... Ach, da oben. Das ist wieder nur eine Decke. Aber da will ich hoch. Ach. So, packen wir das ganze Zeug weg. Genau. Das passt. Da brauche ich neues Auge. Nein, so war das jetzt nicht gedacht. Was ist eigentlich hier? Oh Mann, ist das nicht Tuffstein? Das ist Tuffstein. Heißt das nicht, dass da unten jetzt... Ach nein, das haben sie ja ausgetauscht durch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das war. Egal. Egal. Packen wir das Auto noch mal kurz rein. So. So. Ist auch schon wieder Tuffstein. Hä, kann ich nicht springen? Doch, müsste ich können. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Hm. Da geht es noch höher. Und hier ist eine Sackgasse. Hier haben wir wieder eine üppige Höhle. Sehr schön hier, Leute. Gefällt mir. Die machen wir jetzt aber nicht weg. Das Problem ist, wir brauchen eine überflutete üppige Höhle. Das ist Lehm? Das ist Lehm, Leute. Das ist Lehm, Leute. Oh, da ist diese. Wie heißt die nochmal? Ich seh mal eben nach. Wie heißt die nochmal? Ich seh einfach nach, wie sie heißt. Spore Blossom. Okay. Die Sporenblüte. Ja, genau. Die kann man abbauen mit jedem Werkzeug. Die möchte ich mitnehmen, Leute. Davon habe ich noch keine. Sehr schön. Das ist das, glaube ich, auch Leuchtbärenranke. Ah, und dann sind wir hier im Kreis. Schön. Sehr schön. Da komme ich her. Wir gehen mal da lang. Als ob sie da gewartet hätten. Extra nur für uns, Leute. Moment. Ah. Sie haben auf uns gewartet. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Und jetzt